Microsoft Sicherheitsalarm Fehler Nummer DW6VD36 Ihr Computer hat uns alarmiert, dass er mit schädlichen Trojanern infiziert wurde. Diese Viren schicken Ihre Kreditkartendaten, Facebook-Logins sowie persönliche und private Daten über Remote-IP-Adressen an Hacker weiter. Bitte rufen Sie uns sofort unter der angegebenen kostenlosen Nummer an, damit unsere Microsoft-Support-Ingenieure Sie per Telefon durch den Lösungsvorgang führen können. Wenn Sie diese Seite schließen, bevor Sie uns anrufen, müssen wir Ihren Computer deaktivieren, damit weitere Schäden an unserem Netzwerk verhindert werden. Außerdem werden wir eine Kopie dieses Berichts an die Netzsicherheit schicken, um weitere Schritte einzuleiten.